...mich niemand erkennt. Muahaha. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hitman Wir spielen Mal lesen The Hit in Chiudai Park Walked as Planet The Blue Lotus So, den haben wir ja eben schon mal gesehen Trade the Terrible Hong Is blaming them for Killing of This Negotiator They fear a war Between the Trails We have Information Blue Lotus will send In Resize And Look like Counter Hit From The Hong To see Ui Wir machen mal weiter Also wir sollen Blue Lotus eliminieren Eliminiere alle Blue Lotus Member Return to Ja, mein Punkt Ich bekomme 12.000 Das zu machen Yeah Achso, da guck ich nochmal Das ist Blue Lotus Mhm Okay 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 Jetzt aber kurz checken Kann ich So Hä? Das ist alles Okay Also da ist wieder so ein Aufzug Wenn ich Richtig sehe Ne Das ist eine Falle Okay Mal sehen Was bekommen wir denn Ich nehme einfach wieder alles mit Das hat die Ach, das sind alles Pistolen, meine ich, oder? Ach, die ist schön lautlos Das sieht gar nicht groß unterschiedmäßig aus Ähm Ich nehme noch die Silent mit anstatt Ach, keine Ahnung Anstatt der, der ist der Diegel Obwohl, ne, mit der kann man besser aimen Ähm Was haben wir denn hier? Das ist Oh ja, cool Ne Ne Bombe ist das, ne? Ja Nehmen wir auf jeden Fall mit Ja Ist sicherlich auch ein Vorteil Komm Das brauche ich nicht Ach ja Und das brauche ich, glaube ich, auch nicht Bisschen Muni Achso 100 und 105 Ah, perfekt Okay Da ist ein Red Lotus Also, okay Noch sind wir relativ unauffällig Hier hat schon unser Auto geparkt So, okay Und so Das war ein Blue Lotus Und als seine verwendete Umgang Ich denke mal Am besten wäre jetzt hier Wieder mit dem Blue Lotus zu starten Moment Okay Da steigt er jetzt aus, ne? Ja, und seine ganzen Mitglieder Geht jeder ins Haus? Warten vorm Haus Okay Da komme ich nicht groß rein Da bewacht jemand Hier war doch irgendwas Oh man Das ist Angeblich da vorne Ich weiß nicht Ich gehe einfach mal runter Ganz schnell Spontan Ach, okay Da kann ich meine Leichen vielleicht rein Hoffentlich greift mich jetzt keiner an Wenn ich Okay Keiner sieht mich Oh, das ist doch wunderbar Schnell den Body Dragon Die Anziehsang von dem Können wir auch hier unten anziehen So Take close Ah, perfekt Das sieht Sieht doch wunderbar aus Vielleicht nicht unbedingt wie hinten Chinese Aber das ist glaube ich Auch uns jetzt Schnurrze Egal Ich bin jetzt der coole Autofahrer Und so wird mich Niemand erkennen Ja, okay Vielleicht Wollen wir Hingucken Okay Da haben wir Wieder so Da ist einer Von Ich hoffe Die nerven mich jetzt nicht Wenn ich da rein will Oh, bitte Lass mich einfach Durchgehen Okay Oh Okay 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 Ja, okay Äh Auf jeden Fall War das wohl Das mega fälligste Was Okay, okay Das Der Anfang war gut Das Ende war nicht gut Ja Wir sollen Den und sein ganzes Gefolgsleute Umzukriegen Wir haben das Auch da Ähm Ja Okay, okay Ähm So Werde ich ja Bestellig reingehen Hier ist ein Gutes Versteck Da halten die Schon Wache Okay Watt haben wir denn Hier Also hier ist mein Auto Da wo ich wohne Da sind immer Leute Die Mich nicht Angreifen Aber Mir Stress Macht Da Sind auch Ist auch Wer Schön Das Holz Einpacken Ist okay 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 Also der Fahrer Darf hier Nicht Rein Aber Definitiv Muss ich Den Fahrer Abmuxen Weil Sonst Würde der Target Ähm Achja Der ist ins Restaurant gegangen Kann ich aber kurz Gucken Das ist nur Ich kann nur bis da Sehen wenn die Tür zu ist Okay So okay Der muss Noch An uns Vorbeigehen Bevor ich den Bisschen Bisschen Ermurksen kann Das wird Das wird Was Das wird Was Ja komm Geh Es gibt hier nichts Zu gucken Wird sich wahrscheinlich Auch mega Beobachtet Schön In der Börgen Äh Drag Body Und Hopps Runter So okay äh, take close hat der noch irgendeine Waffe ähm alles ins Holster und rein da, hoch ok, ich hab halt keine Chance, wenn ich da jetzt einfach so reinmarschede, dann wären die auf mich aggro, das heißt mit anderen wollten ich, müsste hier noch jemand anders finden der da der am besten alleine was wäre schön, dass denn hier eine Sniperwaffe ja, noch will ich die nicht aufheben die zwei könnte ich dann wegsniperben oh ok ne, der geht hier lang das heißt, den krieg ich nicht äh, geht da läuft immer dieser normale Mann rum aber aber für den interessiert sich keine so und wenn ich wenn ich hier einen von den roten umbringe heikel, heikel ok den umzubringen bringt nix also dass hier einer weniger rumschulern würde aber ich könnte auch Leute damit auch für mich aufmerksam machen wenn ich den jetzt hier so einfach abmokse da geht einer lang also wenn ich den wirklich hinter der wall auch mit dem das wird keiner sehen oh oh take close und take pick up will uzi tut mir leid oh so lang da niemand hingeht ist das da safe aber der läuft da jetzt gleich auch noch lang ja ok dann haben wir alle drei ermordet und ich glaube so wird niemand was dagegen haben wenn ich da reingehe hallo Leute what the fuck ok ok ja toll äh second laufen laufen nachlanden also weil ich zurück zum auto gelaufen bin ach mensch hm das ist bisher ganz schön knifflasch ok also fakt ist ähm ach da da sind die leute drin glaube ich Fakt ist ähm ich komme da gar nicht rein nur mit blauer Uniform rein ich muss auf jeden fall die braunen mädchen also mit dem braunen kleidung alle umnieten und auf jeden fall muss ich hier den urinierenden umlegen umlegen der weiß noch nichts von seinem glück hopp und ja ja da kommt er ähm ja ja mal kurz kann ich das machen wenn ich hier jetzt ah ok perfekt ähm hier wieder hoch hm da war gerade der rote glaube ich äh 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 Oh, okay. 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 Um, um, um. So. Und die Uzi nehmen wir noch auf. Und die Shotgun. Ne, die Shotgun. Vielleicht mal einfach hier liegen. Ich hoffe jetzt geht mir niemand auf den Piss. Wenn ich da jetzt reingehe, will ich wahrscheinlich wieder. Ich habe auch keinen Bock, die Leifen von die ganze Zeit von ANAP zu schleifen. Die haben noch nichts mitbekommen. Okay. Äh. Äh. Fakt ist, wenn ich den jetzt umbringe. umbringe. Okay. Bei denen kommt es nicht sehr gut, wenn ich... Okay. Okay, okay. Ähm. Wir haben eine Situation hier. Loll. Wie die mich verpetzt haben. Wie die mich verpetzt haben. Wie die mich verpetzt haben. Ozi ozi. Okay, okay. Ähm. Wenn du... Okay. Ja, die suchen jetzt noch jemand. Mhm. Okay. Uzi uzi. Ähm. Okay. Dann... Nehmen wir mal einfach die Uzi und schmeißen die weg. Weil die brauchen wir nicht mehr. Äh. Wie sie einfach hier dann eine Uzi haben. Oh. Warten wir jetzt mal Pistole. Ein. Oha. Okay. Nehmen wir mal die Uzi. Ja, toll. Die bringt mir... Vier. Hm. Äh. Hier noch wer? Ne. Ich glaub so weit hab ich draußen alle aufgemurkst. Ja. Ja. Also draußen darf keiner mehr stehen. Wenn ich da jetzt einfach rein renne und alle töte. Tue mal am besten hier vorne drauf. Äh. 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 How to plant it. Ich hab keine Ahnung wie man die setzt. Okay. Einfach so F drücken und dann liegt die da? Dein Ernst? Ich dachte gerade das wär jemand. Okay. Nehmen wir die Siegel. Laden mal kurz. Checken. Nein. Ich will wohl die Tür öffnen und nicht wegschmeißen. Okay. Oben wieder. Oben wieder. Okay. Okay. Ähm. Also okay. Ähm. Ich hoffe ich krieg... Okay, also das ist ... Nein, ich will den nicht tragen. Okay ... Ja ... So, okay ... Wieder 100 ... ... Gut entleben ... Und jetzt auf dem Video. Okay, da sind die letzten zwei. Okay, Tür ist zu. Okay, hier kann ich nicht durchgehen. Auf dem Video. Was ist das? Snap-Amo habe ich nicht. Oh, ich dachte schon. Ich bräuchte ein bisschen ... Wenn ich was brauche, dann brauche ich ... Pill. Ist das eine Ozean mit ... Aller, die voller Muniz ... Ja ... Warte. Ja, okay. Wenn die Türen nicht aufgehen ... Dann ... Habe ich, so wie es aussieht, alle getötet. Äh ... Ja ... Awesome. Steht nochmal irgendwo die Mission? Ich habe keine Ahnung. Dann gehe ich mal ... Zum Auto. Kann ich ... Ach, den Hitman-Code ziehe ich mir jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Boah, für 30 Minuten ... Ja, awesome. Habe ich es geschafft, ne? Boah, Tart war mal ein Level. Auf jeden Fall finde ich diese ... Ähm ... Eine ... Ähm ... Diese ... Schussliche Verweste super. Und ähm ... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ähm ... Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt ... Let's Play League of Legends. Habe ich das gerade recht gesagt? Entschuldigung, Entschuldigung. Bis dann. Ciao.